In Baden-Württemberg entscheidet der Wohnort eines Kindes, wie sehr Familien durch Kita-Gebühren belastet werden. Dass wir keine Kindergartengebühren zahlen müssen, ist für uns als Familie eine enorme finanzielle Entlastung. Wir bezahlen in Herrenberg 255 Euro Kindergartengebühren für unsere jüngste Tochter. Und das, wobei frühkindliche Bildung noch gebührenfrei sein muss. Ich finde, die Landespolitik soll endlich die Verantwortung gegenüber unseren Jüngsten übernehmen. Denn das ist unsere Zukunft. Bildung, Chancen sind wichtig für unsere Kinder, für unsere Gesellschaft. Und dafür stehen wir heute hier, um das deutlich zu machen. Gute Bildung beginnt mit dem ersten Tag. Und die erste Bildungseinrichtung, die ein Kind besucht, ist die Kita. Lasst uns in diesem Bündnis weiterkämpfen. Ich danke euch, dass ihr heute Morgen da seid. Macht's guten Glück, auch wir kämpfen! Wuhhh! Wuhhh! goodnight! Wuh flavoredenerismusata arcçegrindPC stabsswierten Und dann ist dasengeschänz bastante heyっしik oder gesucht. Atoll deepest was ist dasengeschänzig ist esพ κάνige! Wenn du schon mal słuchör Herbezahl an hundred Kiste. Vielen Dank.